Was ist da nicht runter? Da ist der Huckzuck im Fisch. Das ist wahrscheinlich der netteste Weg hier. Oh, ich habe noch ein bisschen Nachschub. Ich weiß auch nicht, irgendwie alles auch ein bisschen Rutsch. Das ist immer so eine Rutschscheiße. Das geht noch ganz anders lang als die Rutsch. Ich habe keine Ahnung, du warst da unten, also bin ich zu dir gegangen. Na gut. Quere ich dann am schicksten. Also dann hier. Ja. Ich habe nichts gesehen. Du warst da unten, habe ich gedacht, dann gehe ich da links. Na gut, ich sage mal hier ist ja alles irgendwie machbar. Das ist hier das Nette. Und wieder aufwärts. Okay. 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 Das öffentliche Weg weiß keiner so ganz genau hier. Okay. 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 uga fit. Yeah. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Moment noch, da geht es schon wieder weiter, Moment, was ist? Das habe ich nicht anders erwartet. Moment. Das ist ein Schicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Es wäre besser gewesen, sicherlich da. Es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen. Es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen. 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 Es wäre besser gewesen. Es wäre besser gewesen. Es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen. Es wäre besser gewesen. Es wäre besser gewesen, es wäre besser gewesen. Es wäre gut gewesen. Wenn sie vernünftig sind, machen sie da an der flachen Stelle eine kurze Rast. Trink- und Pinkelpause. Da ist noch einer. Da ist noch eine Rast. Da ist noch eine Rast. Was ich da weitermachen kann. Tolle neue Sohlen. Danke Schuhmacher. Mit diesen alten, aufgelösten Sohlen hätte ich es nicht machen wollen. Das ist eine Freundlichkeit. Rassige Wegführung. Wie geht es denn da weiter? Das ist gut, ne? Rüber und da rüber. Leicht hier rüber. Das ist gut. Schicke Achterbahn, ne? Ich schwitze ganz schön. Jetzt auch noch mal fiese Strecken hier. Stellen. So ein Seil hätte ich mich auch nicht beschwert. Aua. Scheiß Rucksack. Echt. Scheiß Rucksack. Das kann man sicherlich eleganter lösen. Das kann man sicherlich erlösen. Ja. Ja. Agua. Ich habe das Gefühl, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe. der ist locker hast du den lockeren Kandidaten hier auch gehabt ein Schritt war ein bisschen los moment ich kann dir gerade noch nicht ganz folgen ich brauche noch 30 Sekunden oder so ist er nett ist er echt nett klar vergrutscht das muss man durch den kaffee Ja, ich nehme die Seile mit. Es geht ohne Seile, war du? Ja. Ja, einige Sachen sind ja auch machbar. Ist ja nicht das Thema. Ja. 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 Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.